Moritz hat mich in der Gart und hat seine Affenfüße hinten zu. Nun versuche ich hier raus zu kommen. Als erstes greifen beide Hände auf die Oberarme. Dort stütze ich mich ab, um aufzustehen. Ich richte mich auf und er kann nur die Füße nicht mehr halten. Ich werfe sie zur Seite und schließe ab im Spider-Man. Hat Moritz nun aber starke Füße und starke Beine, dann wird er die Affenfüße festhalten, auch wenn ich aufstehe. In diesem Fall wackele ich die Hula-Hula mit der Hüfte und schiebe die Beine nach unten. Nun das gleiche abschließend, nehme ich die Beine zur Seite, werfe und Kontrolle mit dem Spider-Man. Ich richte mich auf, um das nächste Mal. Ich richte mich auf, um das nächste Mal. Ich richte mich auf. Ich richte mich auf, um das nächste Mal. Und dann habe ich die Beine nach unten. Vielen Dank.